So, ich hoffe, dass das funktioniert. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr mich hört und seht. Also, könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen. Ich habe nämlich noch nie einen Livestream gemacht auf YouTube. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob das alles funktioniert, so wie ich mir das vorstelle und so wie es sein soll. Ich habe schon ganz oft Livestreams auf Facebook gemacht und auf Instagram, aber auf YouTube noch nie. Also, bitte schreibt mir, ob ihr mich hören könnt und ob ihr mich sehen könnt. Ich werde auch mal hier in den Chat schreiben. Könnt ihr mich hören und sehen. Also, meldet euch mal bitte in den Kommentaren, damit ich Bescheid weiß, ob das alles klappt. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht auf YouTube. Also, das ist heute eine Premiere. Das ist das erste Mal, dass ich einen Livestream auf YouTube mache. Wir sehen dich. Super. Und ihr hört mich gut. Toll. Mensch, das ist ja cool. Ich freue mich, weil, ja, es ist immer toll, etwas Neues auszuprobieren. Und ich würde das natürlich gerne öfter machen, weil es gibt auch echt einen großen Vorteil von YouTube. Also, ich bin ja auf Instagram sehr aktiv. Und ihr habt mich vielleicht auf Instagram auch schon live gesehen. Und ja, also, auf Instagram gibt es halt den Nachteil, dass man dort das Live-Video für 24 Stunden speichern kann. Und dann ist das für immer weg. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich schade, wenn ich mir für euch Zeit nehme und eure Fragen beantworte oder ich erkläre irgendetwas und so weiter. Und dann kann man es nur 24 Stunden sehen und dann ist das für immer weg. Also, manche Leute können ja zum Beispiel nicht live dabei sein oder manche wollen es sich vielleicht später noch einmal anschauen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das einfach mal auf YouTube auszuprobieren. Einige von euch sind wahrscheinlich quasi, also, nur von YouTube. Einige werden aber bestimmt auch von Instagram jetzt kommen, weil ich das natürlich dort auch gesagt habe, dass ich hier auf YouTube heute live gehe. Und genau, also für diejenigen sage ich das jetzt, für diejenigen erkläre ich das jetzt, warum ich das hier mache, weil ich auch Direktnachrichten auf Instagram bekommen habe, warum ich das jetzt nicht mehr auf Instagram mache, sondern warum ich plötzlich auf YouTube live gehe. Und ganz einfach, das ist halt der Grund, also, ich habe das jetzt gerade erklärt für alle, die jetzt von Instagram kommen, weil ich das hier speichern kann. Und dann könnt ihr euch das immer wieder anschauen. Also, ich hoffe zumindest, dass das funktioniert. Das ist für mich jetzt totales Neuland. Vielleicht kennt ihr diese Redewendung. Das ist eine Redewendung. Sie heißt Neuland. Das ist Neuland für mich. Ich schreibe euch das mal auf, um euch das zu zeigen. Das ist Neuland für mich. Und das bedeutet, dass ich mich damit gar nicht auskenne. Das ist komplett neu für mich. Ich habe das noch nie gemacht. Ich war noch nie live auf YouTube. Und ich habe dann auch keine Erfahrung, wie das funktioniert mit dem Speichern. Also, ich hoffe, dass dieser Livestream dann auf YouTube bleibt. Aber, also, ich denke schon, ja. Ich habe das auf anderen Kanälen schon oft gesehen. Aber ich muss dann am Ende des Livestreams gucken, wie ich das mache. Also, damit ich nichts falsch mache und so weiter. Genau, also, in Zukunft wird es regelmäßig mal einen Livestream von mir hier auf YouTube geben. Ich kann jetzt nicht sagen, wie oft ich das mache, wie regelmäßig ich das mache. Aber ich werde das auf jeden Fall jetzt ab und an mal tun. Weil ich das einfach gut finde, mit euch zu kommunizieren, zu interagieren und eure Fragen zu beantworten. Live einfach bei euch zu sein. Und, ja, genau. Also, auf Instagram werdet ihr das jetzt weniger sehen, wenn ihr von Instagram seid. Ja, und auf YouTube eben öfter. So, jetzt gucke ich mal hier in die Kommentare, was es hier gibt. Hier gibt es ja ganz viele. Das ist ja ganz toll. Hallo, erstmal begrüße ich euch alle. Hallo Christina, hallo Hassan, Mohamed, Christina, Rahul, Malgorzata, Mitans, Sanil. Also, Entschuldigung, dass ich die Namen falsch ausspreche. Das ist Russisch, das kann ich leider nicht lesen. Natalia vielleicht. Valid, Rahul. Ich bin ein Fan von deiner Stimme. Klingt, als ob ich eine Hörverstehen-Übung mache. Finde ich cool. Okay. Hallo, guten Abend, Polina. Okay. Mitan, hallo Mitan. Dann wieder Russisch. Ich kann leider die kyrillische Schrift nicht lesen. Und, ja. Deswegen spreche ich das ganz falsch aus. Judith. Okay, so. Also, wir sind heute hier zusammen, weil ich euch die Möglichkeit geben wollte, Fragen zu stellen. Ich war nämlich in den letzten Tagen, beziehungsweise zwei Wochen, kann man sagen, überhaupt nicht aktiv. Weder auf Instagram noch auf YouTube, weil ich einen neuen C1-Kurs habe. Dieser hat vor fast zwei Wochen begonnen. Und dann waren dort einfach so viele Anmeldungen, dass ich so viel Stress hatte, so viel zu tun hatte mit diesem Kurs. Der Kurs läuft jetzt. Also, jetzt geht es. Jetzt ist es schon wieder besser. Ich möchte mich eigentlich gar nicht beschweren. Also, ich finde es natürlich toll, wenn sich viele Leute für meine Kurse anmelden. Aber es war am Anfang dann halt sehr, sehr viel zu tun, weil ich die ganzen Anmeldungen koordinieren musste, die Bezahlung und so weiter. Deswegen gab es sehr, sehr viel Arbeit für mich, was ja auch gut ist. Aber dann hatte ich eben leider etwas weniger Zeit für euch, also für YouTube und für Instagram. Aber jetzt bin ich zurück. Und weil ich mich halt ein paar Tage lang nicht gemeldet habe, wollte ich mich einfach mal bei euch sozusagen entschuldigen und euch das wieder gut machen und jetzt hier live ein paar Fragen beantworten. Also, wenn ihr Fragen zur deutschen Sprache habt oder auch gerne Fragen zu Deutschland, zur deutschen Kultur oder was auch immer euch einfällt, was ihr gerne wissen möchtet, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich werde versuchen, so viele Nachrichten, also so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Wahrscheinlich werde ich nicht alle beantworten können, aber ich versuche also viele zu beantworten, ja. So, und ich sehe hier auch schon ein paar. Also, zum Beispiel Judith fragt oder schreibt, ich möchte fließendes Deutsch sprechen. Wie kann ich das versuchen? Und wie kann man die originelle Bedeutung der Verben, die die gleiche Bedeutung haben, verstehen oder lernen? Also, das ist eine gute Frage. Es sind eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie kann man fließend Deutsch sprechen? Dazu muss ich sagen, es gibt keine... Also, was ist... oder anders. Was ist eigentlich deine spezielle Definition von fließend? Jeder Mensch hat eine andere Definition. Was es bedeutet, fließend eine Sprache zu sprechen. Also, für mich ist fließend zum Beispiel, dass ich in alltäglichen Situationen kommunizieren kann und dass ich mich auch über etwas kompliziertere Themen unterhalten kann, so, dass es keine größeren Probleme bei Gesprächen gibt. Also, so, dass ich eigentlich alles sagen kann, was ich will und dass ich auch alles verstehe, was der andere sagt. Also, nicht jedes Wort, aber den Sinn des Gesagten, ja? So, das ist für mich die Definition, fließend zu sprechen. Das heißt, für mich ist es nicht unbedingt wichtig, dass ich jedes einzelne Wort verstehe, was der andere sagt. Für mich ist es auch nicht unbedingt wichtig, dass ich alle Wörter kenne oder dass ich null Fehler mache. Für mich ist einfach wichtig, dass ich mich normal unterhalten kann. Das ist für mich fließend, ja? Und deshalb muss man sich zuerst selbst klar machen, was man eigentlich unter fließend versteht. Also, was bedeutet es für dich, fließend zu sprechen? So, und wenn ich jetzt also von meiner Definition ausgehe, wie man das versuchen kann, jetzt werde ich eine ganz einfache Antwort geben. Die Antwort ist ganz simpel, ganz primitiv, nämlich einfach sprechen. Die Leute sagen immer, Mensch, ich lerne so viel, ich beschäftige mich mit der Grammatik, ich mache Hörverständnisübungen, ich lese und was weiß ich, ich schreibe, aber ich kann immer noch nicht so richtig fließend sprechen oder ich kann immer noch nicht so gut sprechen. Warum ist das so? Und dann sage ich, okay, Also, du hast mir jetzt gesagt, du liest, du hörst, du schreibst. Und wann sprichst du wirklich? Wann sprichst du wirklich? Und das ist die große Frage. Also, man sollte natürlich wirklich sprechen. Man muss Situationen finden, wo man wirklich sprechen kann, damit man eben besser sprechen lernt. Ja, also das ist der ganz, ganz wichtige Tipp an der Stelle. Der ist ganz einfach und simpel, aber eben auch wichtig, sehr wichtig. Einfach sprechen. Und mit der Zeit wird es immer besser. Natürlich muss man auch andere Dinge machen. Ja, man muss sich auch mit der Grammatik beschäftigen. Man muss auch Wörter lernen. Aber man muss eben auch sprechen, wenn man besser sprechen will oder wenn man fließend sprechen will. So, und die zweite Frage von Judith war, wie man die Bedeutung von Verben lernen kann oder die Bedeutung von Wörtern, die eine ähnliche Bedeutung haben. Und dazu gebe ich euch einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Also, das ist eigentlich ein Tipp nicht nur für Judith, sondern für alle auch wieder. Nämlich, lernt mit vielen, vielen Beispielen. Ich zeige euch das in meinen Videos. Ihr seht das auch auf anderen YouTube-Kanälen in den verschiedenen Videos, zum Beispiel von Maria. Ihr kennt bestimmt Maria von Deutsch mit Maria. Oder, ja, es gibt so viele andere. Linkster Academy gibt es noch. Also, die Julia macht ganz tolle Videos, wo sie viel erklärt und viele Beispiele gibt. Oder Learn German with Jenny. Es gibt so viele, ja. Also, die Jenny macht auf ihrem Kanal, der heißt jetzt anders, der hat nicht mehr den Namen Learn German with Jenny. Er heißt jetzt Lingoni. Ja, also, da gab es eine Änderung. Und sie machen das aber so mit Deutsch und Englisch zusammen, ja. Also, sie erklären auf Englisch und geben Beispiele auf Deutsch und übersetzen die dann ins Englische. Also, wenn ihr nicht Englisch könnt, dann ist dieser Kanal für euch nicht gut geeignet. Naja, aber auf jeden Fall gibt es auf all den Kanälen, die ich jetzt gesagt habe und auch auf meinem Kanal, gibt es dann immer viele Beispiele. Also, ihr seht schon, wie wir euch die Wörter zeigen, wie wir euch Wörter erklären, wenn wir euch Synonyme erklären. Zum Beispiel gestern habe ich ein neues Video auf YouTube hochgeladen. Da geht es um die drei Verben vermeiden, meiden und vorbeugen. Das sind drei Synonyme, aber sie sind eben nicht 100% synonym. Also, man verwendet sie in verschiedenen Kontexten unterschiedlich. Und wie lernt man das am besten? Indem man eben ganz viele Beispiele damit sieht und indem man diese Verben dann versucht, selbst zu benutzen. Indem man selbst Beispiele schreibt oder sagt. Und das seht ihr eben auch immer in den Videos, die wir machen oder die ich eben auf meinem Kanal mache. Also, ich sage nicht einfach nur, dieses Verb hat diese Bedeutung, das andere Verb hat die andere Bedeutung und das dritte Verb hat eine dritte Bedeutung und fertig. Sondern ich gebe euch ganz viele Beispiele, um den Unterschied zu zeigen, um zu verdeutlichen, wo kann ich dieses Verb benutzen und wie kann ich es benutzen und wo kann ich das andere benutzen. Genau. Also, ihr könnt eben auch selbst Beispielsätze schreiben und dann habt ihr auch wieder den Vorteil, dass ihr das direkt benutzt. Also, Übung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Nicht nur passiv, sondern eben auch aktiv. Ja, also nicht nur das Video gucken und sagen, aha, ich habe das verstanden, sondern dann auch selbst etwas damit produzieren. Okay. Was ist der Unterschied, fragt Christina, von was? Aha, von drohen und bedrohen. Was ist der Unterschied zwischen drohen und bedrohen? Also, ich schreibe mal die beiden Verben auf, damit man die auch sehen kann. Drohen, bedrohen. Also, der Unterschied ist, wenn ich sage, dass ich jemandem drohe, das ist mit Dativ, drohen ist mit Dativ, also ich drohe dir zum Beispiel, dann heißt es nur, also das ist nicht so stark, das ist ziemlich allgemein, das bedeutet, ich sage, dass ich etwas Negatives machen werde, wenn du nicht das tust, was ich will. Also, zum Beispiel, stellt euch vor, ich und eine Freundin und wir sind zusammen, also, und wir sprechen miteinander und ich weiß, dass sie etwas geklaut hat im Laden. Also, sie ist in einen Laden gegangen und hat dort etwas mitgenommen, ohne es zu bezahlen. Sie hat das geklaut, sie hat das gestohlen. Und jetzt haben wir einen Streit, also wir streiten uns über ein ganz anderes Thema. Ja, das hat nichts mit dem Laden Diebstahl zu tun. Wir streiten uns und ich bin so sauer auf sie, ich bin so wütend auf sie, dass ich sage, wenn du dich jetzt nicht bei mir entschuldigst, dann werde ich dich an die Polizei verpfeifen. Also, ich werde die Polizei rufen und werde der Polizei sagen, dass du geklaut hast. Dann drohe ich dieser Freundin. Ich drohe ihr. Okay? Und wenn ich jemanden bedrohe, dann ist das mit Akkusativ. Verben, die das Präfix be haben, also bedrohen zum Beispiel, sind immer mit Akkusativ. Auch andere Verben beschreiben, besprechen, behandeln und so weiter. Ja? Also, alle diese Verben mit be am Anfang sind immer mit Akkusativ. Also, wenn ich jemanden bedrohe, dann ist das schon gefährlicher. Ich habe zum Beispiel eine Waffe oder ein Messer und ich mache dieser Person so viel Angst, dass sie das tut, was ich will. Also, dann geht es schon nicht mehr nur um die Polizei, dass ich die Polizei rufe, sondern dann geht es schon darum, ich möchte zum Beispiel das Geld von dir haben und dann sage ich, gib mir das Geld oder ich töte dich. Ich bedrohe dich mit einem Messer. Ja? Das ist der Unterschied zwischen drohen und bedrohen. Okay. Was gibt es noch für Fragen? So viele. Josef. Hallo. Hallo Josef. Ahoi. Kannst du bitte auch in Tschechisch deine Lektionen machen? Ich denke, Deutsch und dann tschechische Übersetzung. Es wird gut, auch für slowakische Schüler zu verstehen und für Anfänger. Ja, gute Frage. Das Problem ist so ein bisschen, dass, wenn ich mir die Statistik anschaue von meinen Abonnenten auf Instagram und auf YouTube, weiß ich gar nicht, ob das geht. Hallo Maria. Schön, dass du da bist. Also, wenn ich mir die Statistik anschaue von den Abonnenten, dann sehe ich, dass eigentlich die tschechischen Abonnenten nur einen kleinen Teil ausmachen, weil es sich vielleicht noch nicht so rumgesprochen hat in Tschechien, dass ich auch Tschechisch kann. Und wenn ich jetzt anfange, Videos zu machen, wo ich auf Tschechisch etwas erkläre oder wo ich tschechische Übersetzungen gebe, glaube ich, dass ganz viele Leute, wie zum Beispiel Elena, Abdullah, Rahul, Lesia, Zilko73, Naim, Sultani, Mithan, dass sie alle dann die Videos nicht gucken wollen, weil sie nicht tschechisch können, weil sie nicht aus Tschechien kommen oder aus der Slowakei. Und deswegen ist das so ein bisschen schwierig und ich bin nicht sicher, ob ich das machen sollte. Also, ich denke, ich werde es in Zukunft, also in naher Zukunft erstmal nicht machen. vielleicht irgendwann doch, aber im Moment wahrscheinlich erstmal nicht. Wenn es irgendwann mehr Tschechen gibt und mehr Slowaken auf meinem Kanal, dann werde ich darüber nachdenken oder ich könnte auch einen anderen Kanal machen, ja, wo ich das so mache. Okay, was gibt es noch? Was ist der Unterschied zwischen ertragen und vertragen? Also, etwas ertragen heißt, dass man eine unangenehme Situation akzeptiert. Sie ist sehr unangenehm, aber man sagt sich, okay, ich ertrage das, ich halte das aus. Das ist ein Synonym. Etwas aushalten. Wenn ihr euch zum Beispiel in einem, wie heißt das eigentlich, Tätowierstudio, also wenn ihr euch tätowieren lassen wollt, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, dieses Studio, kann jemand in die Kommentare schreiben, vielleicht weiß es jemand von euch, wie das auf Deutsch heißt. Ich habe das nie in meinem Leben gemacht und, also, ich habe das in meinem Leben nicht so oft benutzt, dieses Wort. Ich bin jetzt nicht sicher, wie man das eigentlich nennt. Also, wenn man sich tätowieren lassen möchte, dann muss man ja sehr viele Schmerzen ertragen. Ja, weil es tut sehr weh, wenn man sich tätowieren lässt, wenn man sich diese Tattoos in die Haut stechen lässt. Dann tut es sehr weh. Ich habe vergessen, die Verben aufzuschreiben. ertragen und vertragen. Und ich erkläre gerade, was es bedeutet, wenn man etwas ertragen kann oder etwas erträgt. Also, das heißt einfach, man hat eine sehr unangenehme Situation, zum Beispiel eben, man lässt sich tätowieren und man hat starke Schmerzen, aber man sagt, okay, ich halte das aus, ich ertrage das, weil ich unbedingt dieses Tattoo haben möchte. Ja? Okay. Und vertragen, wenn man sich verträgt, das ist eigentlich ein reflexives Verb, also, wir vertragen uns oder ich vertrage mich mit meiner Mutter, das heißt, dass wir uns nicht streiten, dass wir uns gut verstehen. Und meistens verwenden wir das nach einem Streit. Also, wir hatten einen Streit zusammen, ich habe mich mit meiner Mutter gestritten und danach haben wir uns ausgesprochen und alles ist wieder gut, wir haben uns wieder lieb, wir vertragen uns wieder, sagt man dann. Okay? Das ist der Unterschied. Wir haben uns zum Glück wieder vertragen. Gut. So, was gibt's noch? Naim fragt, wie er seine Aussprache oder sie verbessern kann. Also, Aussprache verbessern kann man durch eine Methode, die heißt Shadowing, ich schreibe es mal auf. Das ist eine sehr effektive, aber auch sehr intensive Methode. und ich empfehle euch sehr, das zu tun. Die Leute sagen mir immer, dass ich, wenn ich Fremdsprachen spreche, eine sehr gute Aussprache habe. Und, also, ich spreche fließend Tschechisch und Englisch. Und die Leute, also Muttersprachler auch, englische Muttersprachler oder tschechische Muttersprachler, wenn sie mich sprechen hören in der jeweiligen Sprache, dann fragen sie mich immer, wie ich es geschafft habe, so eine gute Aussprache zu haben. Und das liegt auf der einen Seite ein bisschen vielleicht an einer Begabung, dass ich es gut kann. Also, ich kann auch sehr gut Dialekte so imitieren, deutsche Dialekte zum Beispiel. Und auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, dass ich das übe. Also, wenn ich eine Fremdsprache lerne, dann übe ich das wirklich. Ich konzentriere mich wirklich darauf. Und die Aussprache kommt halt meistens nicht von alleine einfach. Also, man muss, genauso wie, wenn ich besser schreiben will, dann muss ich schreiben. Wenn ich besser sprechen will, dann muss ich sprechen. Wenn ich Probleme mit der Grammatik habe und diesen Fehler in Zukunft vermeiden will, dann muss ich das eben üben. Und genauso ist das auch mit der Aussprache. Ich muss wirklich mich auf die Aussprache konzentrieren. Also, ich muss mir anschauen, welche Laute kenne ich nicht oder kann ich nicht so gut aussprechen, wobei habe ich Probleme und dann muss ich das angehen. Dann muss ich damit wirklich etwas machen und üben, wenn ich das will. Und Shadowing ist eine Methode, das funktioniert so, ich erkläre es ganz kurz, man schaut sich ein Video an, zum Beispiel dieses, was ihr jetzt gerade anschaut, aber erst, wenn es fertig ist und am Ende gespeichert ist, also ein Livestream eignet sich dafür nicht so gut und dann versucht man, die Person im Video genau zu imitieren. also man versucht gleichzeitig mit der Person alles nachzusprechen. Man kann auch eine kleine Pause machen, man kann einfach erst etwas anhören und dann versucht gleich nachzusprechen und wie ein Echo und dann immer weiter, ein Stück weiter. Und wenn man das sehr oft gemacht hat, es kommt auch auf das Sprachniveau natürlich an, also wenn man schon ein sehr hohes Sprachniveau hat oder man eben diese Übung sehr oft schon gemacht hat, dann kann man das in Zukunft vielleicht gar nicht wie ein Echo machen, sondern man kann es direkt so ganz schnell machen, aber das ist schon schwierig. Auf jeden Fall, der Punkt ist, bei dieser Methode geht es darum, man schaut sich etwas an und man versucht ganz genau zu kopieren, was die Person im Video sagt. Also Aussprache und auch die Mimik und die Gestik spielt eine wichtige Rolle. Genau. Und auch versuchen, also die Laute einfach explizit zu üben. Also wenn ihr eben wisst, das habe ich schon gesagt, aber ich sage es nochmal, wenn ihr wisst, ich kann diesen Laut zum Beispiel Ö und Ü nicht so gut aussprechen, dann übt das. Ihr könnt euch Videos im Internet angucken, die zeigen, wie das geht und ihr könnt euch auch durchlesen in verschiedenen Texten, vielleicht auch in eurer Muttersprache, wenn ihr es auf Deutsch nicht so gut versteht, wo dieser Laut gebildet wird. Das ist auch wichtig zu wissen, weil wir benutzen andere Muskeln oder andere, also wir haben unseren Mund in anderen Positionen, wenn wir verschiedene Sprachen sprechen. Also wenn man Deutsch spricht, dann hat man den Mund ganz anders. Wenn ich Englisch spreche, dann ist das anders. Ja, also die Engländer und Amerikaner, ihr wisst das, sie sprechen ganz anders, es klingt ganz anders. Das liegt auch daran, weil die Laut woanders gebildet werden. Okay. So, weiter mit Fragen. Was gibt's? Sollen wir zwei Sprachen gleichzeitig lernen, zum Beispiel Deutsch und Französisch oder Deutsch und Spanisch? Was empfehlen sie? Du kannst mich übrigens gerne duzen. Also, ich persönlich würde das nicht machen, aber ich kann keine Empfehlung geben, weil das jeder für sich selbst entscheiden muss. Es gibt Leute, die sagen, es ist besser, wenn man zwei Sprachen gleichzeitig lernt, weil der Kopf, wenn man eine neue Fremdsprache lernt, einen bestimmten Lernprozess durchläuft und wenn man zwei Sprachen parallel lernt, dann muss man den Prozess nur einmal gleichzeitig durchlaufen. Ja, also dann muss man das nicht zweimal machen. Das sagen manche Leute. Ich kann das aber überhaupt nicht machen. Wenn ich zwei Sprachen gleichzeitig lernen würde, also wirklich zwei Sprachen von null gleichzeitig lernen, dann würde ich alles vermischen. Ich könnte mich dann nicht auf die eine oder auf die andere konzentrieren. Ich würde immer alles vermischen. Also, ich würde das einfach nicht schaffen. Deswegen, ja, manche Leute können das, manche nicht, ich zum Beispiel nicht. Also, das muss man selbst herausfinden, ob man der Typ dafür ist. Und ich bin es nicht. Okay, Beispiele mit dem Verb einsetzen. Okay, das ist ein trennbares Verb und es ist ein Präfixverb und diese Verben haben meistens eine Million Bedeutungen und werden in ganz vielen verschiedenen Kontexten benutzt. Also, einsetzen, das kann wirklich so viel bedeuten. Vielleicht mache ich ein Video dazu, wo ich das genauer erkläre. Ich kann euch ein paar Beispiele jetzt geben, aber ich werde bestimmt irgendeine Bedeutung vergessen. Also, ich kann jetzt bestimmt nicht aus dem Kopf alle Bedeutungen nennen, weil es einfach zu viele sind. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich setze mich dafür ein, dass du den Job bekommst. Also, ich arbeite schon in der Firma, du hast Interesse, auch in dieser Firma einen Job zu bekommen und dann kann ich mich bei meinem Chef dafür einsetzen, dass du den Job bekommst, weil ich dich kenne. Also, du kannst mich sozusagen dafür benutzen, du kannst mich ausnutzen, ein bisschen negativ. Also, du kannst einfach die Situation ausnutzen, dass du schon jemanden in der Firma kennst, der sich für dich einsetzen kann. Also, das heißt, ich gehe dann zum Chef und ich sage, hey, ich kenne die und die Person und sie möchte gerne bei uns arbeiten und sie ist wirklich super und wir sollten sie unbedingt nehmen. Dann setze ich mich für die Person ein. Man kann auch am Computer das Verb einsetzen verwenden, das fällt mir noch ein. Also, ich habe einen Text in einem Textverarbeitungsprogramm, zum Beispiel Word, geschrieben und dann kopiere ich einen Teil aus dem Text und setze ihn in einem anderen Programm ein. Okay? Also, ich nehme einen Teil und setze ihn woanders ein. Und das kann man nicht nur am Computer machen, sondern auch mit tatsächlichen Dingen, mit Gegenständen. Zum Beispiel, wenn ihr das Handy habt, an der Seite habt ihr dieses kleine Fach für die SIM-Karte und ihr könnt dieses Fach rausnehmen, könnt die SIM-Karte wechseln und dann könnt ihr dieses Fach wieder einsetzen. Also, etwas irgendwo hineinstecken ist auch einsetzen. So, das wären jetzt so die Bedeutungen, die mir ganz schnell einfallen und einsetzen. Eine andere Bedeutung wäre noch bei der beim Verkehr benutzt man es noch oder bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei so etwas. Also, wir können zum Beispiel sagen, bei der auf dieser U-Bahn-Linie werden jeden Tag 20 verschiedene Züge eingesetzt. Also, diese Züge kommen zum Einsatz, sagt man auch. Einsetzen kann auch heißen zum Einsatz kommen. So sagt man das dann auch. Also, das heißt, auf dieser U-Bahn-Linie fahren jeden Tag 20 Züge. Es kommen jeden Tag 20 Züge zum Einsatz. Es sind jeden Tag 20 Züge in Betrieb. Oder ich kann auch sagen, auf dieser U-Bahn-Linie sind morgen historische Züge im Einsatz oder kommen zum Einsatz. Also, morgen werden dort historische Züge eingesetzt. Man kann also mit historischen U-Bahn-Zügen mitfahren. So verwendet man das Verb einsetzen auf. Okay. Nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Sie und Ihnen und denen? Ich habe statt Sie machen Lärm die sind laut gehört. Gute Frage. Also, ich sage immer schwache Pronomen und starke Pronomen. Das ist kein offizieller Begriff. Das sage ich immer, um das meinen Schülern zu erklären, was das bedeutet. Und ich erkläre es auch euch. In Lehrbüchern lesen wir viel die Pronomen er, sie, es. Und dann steht da zum Beispiel Ich habe gestern einen guten Freund getroffen. Er hat mir viel über seine Arbeit erzählt. So, und das ist sozusagen das schwache Pronomen er. In der gesprochenen Sprache benutzen wir ganz oft statt diesem er einfach den Artikel, also der. Und wir würden sagen, ich habe gestern einen guten Freund getroffen, der hat mir etwas über seine neue Arbeit erzählt. Oder kennst du schon die Maria, die hat einen richtig coolen YouTube Kanal. Die hat einen richtig guten YouTube Kanal. Im Lehrbuch würde man wahrscheinlich lesen, sie hat einen richtig guten YouTube Kanal und man sollte das in einen Text auch so schreiben. Wenn man einen Blog Artikel schreiben möchte, über verschiedene YouTube Kanäle, die man zum Deutsch Lernen benutzen kann, dann würde man lieber schreiben ich empfehle euch Maria, denn sie hat einen tollen YouTube Kanal. Benjamin hat auch einen YouTube Kanal, er macht gerade einen Livestream. So würde man es im Text schreiben. Aber man könnte auch einfach in der gesprochenen Sprache der sagen. Kennst du Benjamin? Der macht gerade einen coolen Livestream. Der beantwortet gerade unsere Fragen. Okay, also das ist so der Unterschied. Es gibt keinen Unterschied in der Bedeutung. Es ist einfach so, wenn wir sprechen, benutzen wir etwas weniger er, sie, es und ihnen und sie und ihr und so etwas, sondern wir benutzen mehr diese Artikelformen und ich nenne das dann starke Pronomen. Zum Beispiel könnte ich auch sagen hast du schon mal etwas von ihm gehört? Hast du schon mal etwas von dem gehört? Hast du schon mal was von Benjamin gehört? Hast du schon mal was von dem gehört? Könnte ich auch so sagen statt von ihm einfach von dem. Also in der gesprochenen Sprache passiert das ganz oft. Aber es gibt keinen Unterschied in der Bedeutung. Warum hören Deutsche keine deutsche Musik? Also Deutsche hören deutsche Musik. Ich höre deutsche Musik. Und ich finde deutsche Musik klingt auch nicht unhöflich oder so. Es gibt ganz viele coole deutsche Songs. Also die Mediatheken von iTunes oder anderen Spotify oder was auch immer sind sehr sehr voll mit deutscher Musik. So, was gibt's noch? Radu schreibt Sätzen und seine Präfixe ist ein komplexes Thema. Man braucht fünf Stunden, um alle Verben zu erklären. Genau. Also man kann das nicht in einem Livestream erklären. Also man kann sich ein bestimmtes Verb anschauen und kann mit diesem Verb eben auch wieder viele Beispiele sich anschauen. Man kann vielleicht auch zwei Verben vergleichen. die ähnlich sind, aber was man auch machen kann, man kann ein Präfix nehmen und das Präfix gleichlassen und dann ein anderes Verb nehmen, also zum Beispiel einsetzen und einstellen vergleichen. Also das ist vielleicht auch ein Tipp, wie man solche Präfix Verben lernen kann. Man kann versuchen mit diesen Verben ein bisschen zu experimentieren und zu vergleichen mit anderen. So lernt man es auch gut. aus und lässt das Verb gleich, zum Beispiel einsetzen, aussetzen, aufsetzen, umsetzen oder man wechselt das Verb aus und lässt das Präfix gleich, zum Beispiel einsetzen, einstellen, einlegen, einführen und so weiter. Ja? Okay. Danke. Radu, vielen, vielen Dank. Der Benjamin, die Maria ist umgangssprachlich. Ja, genau. Also, wenn ich sage, der macht das oder ich habe die getroffen, das ist umgangssprachlich. Ja, sag mir so, das ist umgangssprachlich. Genau. Und genauso umgangssprachlich ist auch, wenn man einen Namen hat und man vor den Namen den Artikel setzt. Also, ich bin der Benjamin, sage ich, wenn ich mich vorstelle. Ich würde nicht sagen, ich bin Benjamin. Das kann man auch machen, das klingt sehr förmlich. Das mache ich in einer ganz, ganz formellen Situation. Dann sage ich, ich bin Benjamin. Aber, wenn das ein bisschen lockerer ist, zum Beispiel, wenn ich die Leute wirklich duze oder wenn ich die auf einer Party kennenlerne, dann sage ich einfach, ich bin der Benjamin. Ja, also, das klingt irgendwie lockerer, das klingt irgendwie freundlicher oder etwas ungezwungener, informeller. Okay, zu Torart, wenn ich das richtig ausspreche, dazu gibt es ein, also das sind drei Fragen, okay, ändern, verändern, wandeln, verwandeln und wechseln würde vielleicht noch dazugehören, dazu mache ich auf jeden Fall ein Video, weil das ist wieder so wie mit dem Einsetzen, also ich kann jetzt ganz schnell, ganz kurz sagen, was die Verben bedeuten und wie man sie benutzt, aber ich würde gerne ein Video eher dazu machen, wo ich nur das erkläre. Also, ändern und verändern ist in den meisten Fällen synonym und man kann beides verwenden, es gibt aber Kollokationen, dann sagt man nur ändern und dann gibt es Kollokationen, da sagt man nur verändern. Zum Beispiel, wenn ich ein Kleidungsstück habe, ein T-Shirt zum Beispiel, das ist mir zu groß, weil ich abgenommen habe, dann kann ich in eine Änderungsschneiderei gehen und die machen das T-Shirt etwas enger, damit es mir wieder passt. Sie ändern das T-Shirt, sie verändern es nicht, sie ändern es, also Kleidung ändern, ja, zum Beispiel. Genau, oder man kann auch sagen, dass man ein Textdokument oder irgendein anderes Dokument geändert hat oder man hat den Namen geändert, man hat aber den Namen nicht verändert. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn man etwas ändert, dann macht man eine Änderung, also man schreibt etwas Neues da rein, zum Beispiel in das Textdokument, man hat es geändert, heißt, man hat etwas anderes da reingeschrieben, etwas Neues reingeschrieben oder man hat etwas gelöscht daraus. Man hat den Namen geändert, heißt, man hat einen anderen Namen gewählt und verändern würde bedeuten, dass sich die ganze Art ändert. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe das Textdokument verändert, dann würde es heißen, dass ich es komplett, also das ist komplett etwas anderes jetzt. Es ist gar nicht mehr das Textdokument, was ich vorher hatte. Aber dieser Unterschied ist relativ klein und den kann man nicht in fünf Minuten erklären. Wandeln, das kann man auf jeden Fall gut erklären, würde ich sagen, und schnell erklären, denn wandeln bedeutet immer etwas, ich würde sagen, oder nicht immer, aber es bedeutet häufig etwas mit Magie. Wandeln oder verwandeln. Also zum Beispiel reflexiv sich verwandeln heißt stellt euch vor, ich sitze jetzt hier und stellt euch vor, ich mache Abracadabra Simsalabim und plötzlich ist hier nicht mehr Benjamin, sondern plötzlich ist hier Angela Merkel. Dann könnte ich sagen, ich habe mich in Angela Merkel verwandelt. Also aus Benjamin ist Angela Merkel geworden. Benjamin hat sich in Angela Merkel verwandelt. Er hat sich verwandelt und wenn sich jemand gewandelt hat, dann heißt es, dass er sich ganz, ganz stark im Charakter geändert hat. Er hat sich gewandelt heißt, er hat jetzt einen ganz anderen Charakter. Früher war er total extrovertiert, heute ist er introvertiert. Die zweite Frage von Torart ist Klingen und sich anhören. Jetzt fällt mir dazu keine Situation ein, wo man nur das eine verwenden kann, aber das gibt es bestimmt auch. Also ich würde auch wieder sagen, Klingen und sich anhören ist genau dasselbe, aber es gibt bestimmt irgendein Beispiel, wo man nur das eine verwenden kann. Das gibt es eigentlich ganz, ganz oft. Ich habe in meinem Studium gelernt, ich habe germanistische Linguistik studiert und ich habe dort gelernt, dass es eigentlich keine hundertprozentige Synonymie gibt. Also es gibt keine hundertprozentigen Synonyme. Jedes Synonym-Paar hat doch mindestens einen ganz, ganz kleinen Unterschied. Das heißt, man verwendet es zum Beispiel mit einem bestimmten Nomen so und mit einem anderen Nomen lieber ein anderes Verb oder ein anderes Wort. Aber mir fällt jetzt zu klingen und sich anhören kein Unterschied ein. Und Schall, Klang und Ton, also Schall ist eigentlich ein Wort aus der Physik. Das würde man eigentlich nur in der Physik sagen, würde ich jetzt so pauschal sagen. Ton ist alles, was man hören kann. Das ist ein Ton, ein sehr stumpfer Ton, kein schöner Ton. In der Musik gibt es viele Töne und Klang. Ich könnte sagen, ihre Stimme hat einen schönen Klang. Also sie klingt schön. Aber dann würde man nicht sagen Schall und auch nicht Ton. Okay. Abdel ist vielleicht der Name, fragt, was der Unterschied zwischen beziehungsweise zwar und nämlich ist. Gute Frage. Ich erkläre es euch. Beziehungsweise, damit fangen wir an. Beziehungsweise bedeutet etwas wie und, oder. Also ich könnte sagen, schaut euch mal den YouTube Kanal Maria beziehungsweise Deutsch mit Maria an. Also ich könnte auch sagen oder um mich zu korrigieren. Wir benutzen beziehungsweise oft, um uns zu korrigieren. Also ich könnte auch sagen ich mache gerade ein Video beziehungsweise einen Livestream. Also ich korrigiere das ein bisschen oder ich versuche eine bessere Art zu finden, das zu sagen. Genau, also das ist so die häufigste Verwendung von beziehungsweise. So, dann haben wir das Wort was war das andere? Zwar. Ich denke mal, du meinst und zwar weil zwar bedeutet etwas ganz anderes, das kann man eigentlich nicht mit den anderen beiden verwechseln. Und zwar bedeutet, wenn man konkreter wird. also ich sage schon wieder, ich empfehle euch einen tollen Kanal und zwar Lingoni. Jetzt nehme ich mal einen anderen, nicht immer denselben. Ich bekomme kein Geld für diese Werbung. Also ich empfehle euch einen tollen Kanal und zwar Lingoni. Also dann mache ich das konkret. Ich gebe ein Beispiel. Oder in Deutschland gibt es viele tolle und schöne Städte. Und zwar Berlin, Hamburg, Dresden, München und so weiter. Und nämlich hat zwei Bedeutungen. Nämlich bedeutet entweder und zwar also ich kann auch sagen, ich empfehle euch einen tollen Kanal nämlich Lingoni. Ich empfehle euch einen tollen Kanal und zwar Lingoni. Nämlich und zwar kann dasselbe bedeuten. Die zweite Bedeutung von nämlich ist ein Grund. Dann bedeutet es etwas wie weil und den genauen Unterschied zwischen weil und nämlich den erkläre ich gerne auch später in einem Video, weil die Frage ging ja jetzt eigentlich nur um den Unterschied zwischen beziehungsweise zwar und nämlich. also nämlich kann auch ein Grund sein. Ich möchte jetzt noch nicht nach Deutschland fahren, sondern erst ein bisschen später. Die Grenzen sind nämlich noch geschlossen, weil die Grenzen noch geschlossen sind. Also ich gebe einen Grund, warum ich das jetzt noch nicht machen möchte. Also ich bin jetzt nicht in Deutschland, um das zu erklären, vielleicht wundert ihr euch, also ich bin jetzt im Moment nicht in Deutschland, ich bin in Tschechien und und ich könnte jetzt nach Deutschland fahren, weil die Grenzen so ein bisschen geöffnet wurden, also man könnte fahren, aber die Situation ist noch sehr kompliziert. Ich müsste dann, wenn ich wieder zurückkomme, in Quarantäne gehen, also ich dürfte dann gar nicht rausgehen und ich müsste einen Corona-Test machen und ja, also das ist sehr kompliziert, deswegen könnte ich sagen, ja, ich könnte jetzt nach Deutschland fahren, aber ich möchte jetzt noch nicht nach Deutschland fahren, ich fahre ein bisschen später, vielleicht in zwei Monaten. Die Situation ist nämlich noch zu kompliziert. Ich müsste dann nämlich in Quarantäne und ich müsste dann nämlich auch einen Test machen und das will ich nicht. Okay. Hallo Philipp, ich grüße dich auch. Naim fragt, was es bedeutet, wenn jemand sagt, leck mich am Arsch. Das zeige ich euch auch gerne. Das muss dir nicht peinlich sein, also das ist umgangssprachlich natürlich und auch ziemlich vulgär, also nicht ein bisschen vulgär, sondern ganz schön vulgär, aber ja, es gehört zur Sprache dazu. Also, leck mich am Arsch heißt, lass mich in Ruhe, nerv mich nicht. Ich werde mich jetzt nicht mehr mit dir beschäftigen. Leck mich am Arsch. Zum Beispiel, stellt euch vor, das ist kein Livestream, sondern wir sitzen in einem Raum zusammen und ich erkläre euch etwas und ihr hört gar nicht zu. Ihr macht Unsinn oder ihr quatscht miteinander, ihr hört Musik und dann sage ich, also, wenn ihr mir nicht zuhört, dann brauche ich auch nichts zu erklären. Und dann sagt ihr, okay, Entschuldigung, ja, wir hören zu. Und ich erkläre weiter und ihr fangt gleich wieder an, zu quatschen oder Musik zu hören. und dann vielleicht machen wir das zwei, dreimal so und irgendwann sage ich, so, nee, leckt mich am Arsch. Also, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt lasst mich in Ruhe. Jetzt ist Schluss. Jetzt höre ich auf. Pech. Jetzt erkläre ich euch nichts mehr. Ja, also, diese Situation passiert hoffentlich nicht und wenn euch langweilig wird, könnt ihr gerne abschalten, aber ich hoffe, euch ist nicht langweilig und es gucken 71 Leute zu. Das finde ich sehr schön übrigens. So, was gibt es noch? Also, wir machen noch fünf Minuten, ja, und dann können wir gerne so einen Livestream wiederholen, wie gesagt. Also, was gibt es noch für Fragen? Von den Socken sein. Von den Socken sein. Ich bin völlig von den Socken. Heißt, ich bin total überrascht. Es kann positiv und negativ sein. Ich bin völlig von den Socken. Wir sagen oft völlig von den Socken sein. Ich schreibe euch das auch auf, damit das alle lesen können. Also, ich bin völlig von den Socken. Heißt, ich bin total überrascht. Ich bin sprachlos. Vor circa sechs Wochen, vor ziemlich genau sechs Wochen, war ich in Budapest. Im Urlaub. Also, es war so ein Kurzurlaub. Vielleicht habt ihr mein Video gesehen. Habe ich auch auf YouTube gepostet. So, und als ich zurückkommen wollte, oder eigentlich, als ich genau in dieser Zeit, als ich in Budapest war, hat Tschechien alle Grenzen geschlossen. Und dann hat auch später mal Deutschland die Grenzen geschlossen. Aber das war erst später. Aber als ich in Budapest war, hat Tschechien die Grenzen geschlossen. Und ich habe gedacht, ich komme nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, wie ich zurückkommen soll. Weil das ging Tag für Tag immer strenger. Ja, zuerst Grenzen geschlossen. Dann keine Züge mehr. Dann keine Autos mehr. Also, nur in ganz, ganz besonderen Ausnahmefällen. Und da war ich einfach völlig von den Socken. Weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ich war sprachlos. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Letzten Endes bin ich dann zurückgeflogen. Total kompliziert. Also, naja, das habe ich in dem Video erklärt. Also, könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal anschauen. Genau. Also, da war ich völlig von den Socken. Und es kann aber auch positiv sein. Ja, also, wenn mir jemand, ja, zum Beispiel jetzt bin ich völlig von den Socken. Weil dieser Livestream super funktioniert. Es schauen 81 Menschen zu in diesem Moment. Und ganz viele Leute schreiben Kommentare hier. Und ich finde es super. Ich habe nämlich eine neue Streaming-Software, die ich ausprobiere. Die ich noch nie verwendet habe vorher. Und wie es aussieht, funktioniert alles ohne Probleme. Also, ich bin völlig von den Socken. Ich bin völlig aus dem Häuschen, könnte ich auch sagen. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Also, ich bin überrascht und auch total froh darüber. Ja, also, das kann einfach sehr positiv sein, aber das kann auch negativ sein. Ich bin völlig von den Socken oder ich bin völlig aus dem Häuschen. So, zwei Minuten noch. Also, nehmen wir noch eine Frage. Und es tut mir sehr leid, wenn ich jetzt eure Frage ganz speziell nicht beantwortet habe. Ich werde mir die Kommentare dann nochmal durchlesen und werde versuchen, zu einigen davon Videos zu machen, etwas in Videos zu erklären. Oder wir machen eben irgendwann wieder einen Livestream. Also, das hat jetzt so gut funktioniert. Ich finde das total cool. Also, ich weiß nicht, wie ihr es findet. Schreibt mir in die Kommentare. Schreibt mal bitte. Findet ihr das auch gut? Wollt ihr, dass ich das öfter mache? Dann mache ich das gerne, weil mir macht es total viel Spaß. Was gibt es? Also, noch für eine Frage hier. Aha. Wer es glaubt, wird selig. Das ist eine tolle Redewendung. Wer es glaubt, wird selig. Das schreibe ich auch mal auf. Man kann das immer besser lernen, glaube ich, wenn man das sieht. Also, das ist eine, das ist eine Redewendung oder ein Sprichwort. Ne, ist kein Sprichwort, ist eine Redewendung. Wer es glaubt, wird selig. So. Wer es glaubt, wird selig. Moment mal, selig schreibt man doch mit. Schreibt man das mit zwei E oder mit einem E. Leute, könnt ihr mal sehen, dass auch Muttersprachen und auch Lehrer manchmal sich irren können oder sich unsicher sein können. Das muss ich nachschauen. Aber mit einem E ist, glaube ich, richtig. Ja, ist richtig. Also, kann auch mal passieren. Wisst ihr, warum ich unsicher war? Weil die Seele, davon kommt das Wort selig, die Seele schreibt man mit Doppel-E. Aber das Adjektiv selig schreibt man nur mit einem E. Deswegen war ich jetzt kurz ein bisschen verwirrt. So, also wer es glaubt, wird selig, heißt, das glaube ich dir nicht. Ganz einfach. Also, jemand erzählt euch irgendwas total Unglaubliches. Er erzählt euch, dass er in Amerika war und er war dort auch schon mal Präsidentschaftskandidat und dann ist er nach China geflogen und in China hat er als Koch in einem chinesischen Restaurant gearbeitet und hat Hunde gekocht und war dann in China auch fast Präsident. Dann würde ich sagen, wenn mir jemand das erzählen würde, wer es glaubt, wird selig. Also, das kannst du deiner Mutter erzählen. Das sagt man auch manchmal auf Deutsch. Es gibt für diese Situation ganz viele Redewendungen. Also, man kann sagen, wer es glaubt, wird selig oder man kann auch sagen, das kannst du deiner Mutter erzählen, aber mir nicht. Oder, was man noch sagen kann, erzähl mir keinen vom Pferd. Du erzählst mir einen vom Pferd. Erzähl mir keinen vom Pferd. Schreibe ich euch auch auf. Erzähl mir doch keinen vom Pferd. Das heißt einfach alles dasselbe, ja, also ich glaub dir einfach nicht. Ich zeige euch noch was ganz, ganz Umgangssprachliches. Bitte vorsichtig damit sein. Erzähl mir doch keinen vom Pferd. Oder, wer es glaubt, wird selig. Das kann man auch zu einem Kollegen zum Beispiel sagen, wenn es kein super guter Freund ist. Aber das, was ich euch jetzt zeige, das sagt ihr bitte nicht zu Fremden oder zu Leuten, mit denen ihr nicht so richtig intensiv befreundet seid. Also, bitte wirklich nur zu euren Freunden, Familienmitgliedern, richtig guten Freunden, ja, sagen. Das ist sehr, 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 sehr informell und auch ein bisschen vulgär. Und zwar heißt es laber keinen Scheiß. Ja, aber das ist schon, also wenn man das zur falschen Person sagt, wenn man das zu jemandem sagt, im Moment, laber. Ich hab mich verschrieben. Laber keinen Scheiß. Also, irgendwie möchte mein Computer nicht laber annehmen. Er verbessert das immer wieder. Jetzt haben wir es aber. laber keinen Scheiß. Also, das heißt, genauso, red keinen Unsinn. Das wäre ein bisschen höflicher und bedeutet quasi, also bedeutet exakt dasselbe. Red keinen Quatsch oder red keinen Unsinn. Das ist ein kleines bisschen höflicher, aber beide Sätze, also diese beiden, die ihr jetzt sehen könnt, bitte wirklich nur zu sehr, sehr guten Freunden sagen, ja, oder zur Familie, aber auch nicht zur Oma oder so. Also, das ist auch nicht gut oder zu einer älteren Person in der Familie einfach. Also, vor allem zu Freunden. Laber keinen Scheiß. Labern ist sehr umgangssprachlich und auch ein bisschen so negativ für Reden und Scheiß kennt ihr, ja, denke ich mal. Okay. So, gibt es jetzt hier noch etwas extrem Wichtiges, was ich ganz, ganz schnell noch beantworten kann, ansonsten machen wir Schluss. Ja, erklären und erläutern ist dasselbe. Erläutern ist aber gehobener, also formeller, aber sonst bedeutet es genau das Gleiche. Erklären und erläutern. Also, diese Frage konnte ich jetzt als Bonus noch ganz, ganz schnell beantworten. So, vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Jetzt waren es 55 Minuten, die wir hier live zusammen verbracht haben. Ich finde es super toll und ich habe euch gefragt, ob ich das wieder machen sollte. Das war sehr nützlich und hat Spaß gemacht. Wir bitten um mehr Livestreams. Super, macht das bitte öfter. Finde diesen Livestream prima. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast uns sehr geholfen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche euch allen auch einen schönen Abend. Ich danke dir für den tollen Livestream. Ich bin völlig von den Socken. Das freut mich sehr. Das habe ich heute Abend über deinen Livestream, von deinem Livestream gelernt. Ja, wirklich super. Toll, das freut mich. gut. Okay. Die Redewendungen unter dem Video eintragen. Ja, das kann ich versuchen. Gut. Okay, Dankeschön. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald. Jetzt versuche ich, das zu beenden und zu speichern. Ich hoffe, das funktioniert genauso gut wie der Stream an sich. Also, bis bald, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall. bald mal live wieder. 82 Leute gleichzeitig. 83 schauen dazu. Super. Schreibt bitte gerne auch noch Kommentare in den, also richtige Kommentare, jetzt nicht in den Live-Chat. Wenn ich das Video beende und ihr seht, und ihr seht das Video später auf meinem YouTube-Kanal, dürft ihr gerne auch noch mal einen richtigen Kommentar schreiben, wenn ich eine Frage zum Beispiel heute nicht beantworten konnte. Ja, dann sehe ich das noch besser als in dem Live-Chat. Okay, danke und bis bald. Tschüss. bis bald. Vielen Dank.